So, nachdem die letzte Folge rasch abgebrochen war, habe ich mir gedacht, gut, letztes Mal, es ist ein super Ende vielleicht gewesen und wir werden jetzt mal was ändern. Ich habe jetzt schon die Öffnungszeit auf 6 Uhr gelegt und die Dauer jetzt mit der Öffnungszeit sind 12 Stunden und so haben sie bis 18 Uhr geöffnet. Das Geschäft aber, müssen wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt die Kassierer. Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr mit 6 Stunden Arbeitszeit. Arbeitszeit beginnt um 6 Uhr mit 6 Stunden Arbeitszeit. Dann haben wir hier Kassierer, um 8 Uhr mit 6 Stunden Arbeitszeit. Dann haben wir noch einen Kassierer hier, der wird um 8 Uhr beginnen. Der wird, der wird viel, der wird lange haben. Der wird lange arbeiten, sagen wir mal einfach so. Daher kommt 11 Dollar. Ja, das, ich glaube mal da setzen wir uns dann später irgendwann mal dran. So, und der ist einfach hier so zur Hauptzeit ist einfach da. Ready to rum, bro. Bin ich mal gespannt. Ratten, zu wenig Parkglücklichkeiten, ja und wir haben kein Rest sagen. Das ist aber, glaube ich klar, da können wir noch nichts machen. Aber okay, das, das, das dauert noch. Lieber meint. So, erstes Personal ist da. Okay, okay, okay. Bin ich mal gespannt, der nächste Tag, ob der besser läuft. Also hier drüben werde ich, glaube ich, so die Personalparkplätze machen. Hier drüben dann so die, ähm, Besucherparkplätze und dann erstmal hier unten so ein paar kleine, äh, das ist erstmal so ein Gemischwarenhändler. Und der ist ja erstmal okay, so würde ich sagen. So wollen wir mal verwalten. Was sagt denn der, äh, Pausenregeln werden benötigt. Ja, okay, das hört sich ja gut an. Wir brauchen aber jetzt so eine Toilette als nächstes. So sehe ich das ein. Ähm, deswegen werden wir eine Toilette bauen. Muss die jetzt getrennt sein oder nicht? Das ist jetzt die ganz große Frage. Toiletten. Toiletten, Kabine haben wir nur, Arina. Ähm, Wir werden erstmal eine bauen. Also wir machen jetzt einfach mal plus, das ist schön. So, ähm. Oh, ich kann hier drüben nicht mehr bauen. Okay. Ähm. Wie machen wir das dann hier am dümmsten an unserer kleinen Ecke hier. So, jetzt machen wir mal kurz weiter. Ich hab, ich möchte jetzt einiges umbauen. Hier drüben sollen jetzt die Toiletten hinkommen. Dafür muss aber auch noch die hier weg, fällt mir gerade so ein. Da muss nämlich jetzt so eine normale Tür rein. Gut. Normale Tür, auch hust, hust. Ähm. Und dann machen wir mal kurz Pause. Dann gucken wir mal, Büro. Äh, die. Bar, Kino, Büro. Hier. Schreibtisch. Wird hier drüben. Dann verwalten wir das Ganze. Dann soll das Büro hier drüben. Ähm. Zu einem anderen Job. So, wenn wir jetzt machen wir erstmal zuweisen. Zone, Geschäft, Kino, Toiletten. Ja. Ähm. Und hier drüben kommt das Büro rein. So, jetzt verwalten. Jetzt brauchen wir, müssen wir mal gucken. Büro. Ähm. Nehmen wir hier. Diese liebe Frau, die wird für uns im Büro arbeiten. Die darf acht Stunden arbeiten. Hört sich, glaube ich, gut an. Ähm. Toiletten, 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 Toiletten. Möchte ich nämlich hier noch Urinalsen bauen. So. Und Party Hearts. Dann wollen wir mal gucken, ob das geht. Ja, guck mal, die gehen alle hier aus. Das ist wunderbar. Fällt eben nur noch so. Verwalten bauen. Dann gab es doch hier Automaten. Genau, Verkaufsautomaten. So, dann haben wir hier noch den Geldautomaten. Spielautomaten und einen Wasserspender. So. Will ich mal sagen, das reicht. Ähm. Jahreswagen. Kann ich nicht bauen. Das kann man mir nicht leisten. Das Geld ist nicht. Das geht nicht, dass ich mir das leisten kann. So. Ähm. Das ist auch geschafft. So, da haben wir erstmal. Profesorischen Einkaufs-Hall-Haus-Gedöns-Etwas. Freut mich. Natürlich wird hier, ja, man sieht es zwar nicht, also, man kann es sich jetzt andeuten, weil hier drüben sind die ganzen verschiedenen Eingänge noch, wie groß die Map ungefähr ist. Hier kann, ich, wie, wie, hier wird extrem viel noch gebaut. Oder kann extrem viel gebaut noch werden. Ähm. Wir müssen aber eben nur gucken, das hier möchte ich haben. Das möchte ich noch gerne in diesem Part fertig haben. Dadurch, dass ich ja jetzt gerade Haufen rausgeschnitten habe, obwohl ich was gespielt habe. ist das immer so ein bisschen hin und her, ob ich jetzt, äh... Oh, ihr seht hier. Hm. Ist das eine Wolke? Achso, das ist der Schatten. Ah, okay. So. Ach, du Scheiße. Wom, wie stehen die jetzt hier alle an? Oh, ich habe kein Projekt mehr. Ja, deswegen ab zur Kühlkette, würde ich sagen. Machen wir Kühlkette. Ne, hier, Bekleidung. Bekleidung haben wir bisher noch überhaupt nicht. Sondern können wir jetzt gucken, was wird eigentlich gesucht? Was wird, was wird erwünscht von den lieben Leuten? Ähm. Wird eben sehr vieles. Aber wir wollen... Ja, was wird denn jetzt an Lebensmitteln? Da wird viel zu viel. Erwünscht. Also Süßigkeiten wird noch mehr erwünscht. Was eigentlich viel nachfragen. Allein von der Stufe 1. Ähm. Was das heißt, mit der Stufe 1 sieht man hier in dem Geschäft, was eigentlich nur 50% Lebensmittel hat und sowas. Ähm. Da muss man auch immer wieder ausbauen. Das bedeutet einmal ein Gemischwaren, einmal ein Getränkeladen und einmal ein Getränkeladen mit Essen oder sowas. Ähm. Das wird immer eben alles nach und nach gewünscht. So. Aber im Moment sieht das relativ gut aus in der Stadt hier. Ähm. In der Stadt sage ich schon. Also wir nehmen Geld ein. Das freut mich. Aber es wird eben noch mehr gewünscht. Und ich sehe hier, es sind sehr viel, ist hier leer geräumt. Also muss ich jetzt mal mitbeobachten, ob das jetzt der Lagerist eigentlich mitnimmt. Und ich gucke mir mal meine Maus an. Ich finde es so niedlich, finde ich so knapp. Das habe ich heute schon im Video erzählt, wo ich gebacken habe. Ah. Mäuschen. So. Lagerist ist unterwegs. Aber ich würde mal sagen, der Lagerist schaffte das jetzt alleine. Sieht eigentlich gut aus. Dass er es alleine schafft. Gucken wir mal die Parkplätze. Das ist, glaube ich, mit am wichtigsten nebenbei. Naja. Parkplätze sind knapp. Fast total belegt. Also es ist wirklich sehr, sehr knapp. Da müssen wir dann nochmal was machen. Der Lagerist muss auch länger arbeiten. Das sehe ich gerade ein. Und wir müssen uns eben dann später noch dann richten, dass eben, also Lagerismus mehr. Wir müssten die ganzen Läden umbauen. Wir müssen das machen. Oh mein Gott, Leute. Das wird mir zu viel. Deswegen, wenn ich kurz, bin ich hier im Part. Leute, Aufnahmen des Season vorbei. Ich habe jetzt ein paar Folgen aufgenommen. Ich glaube, drei Folgen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt es nur nach oben. Wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentar, wenn man davon sehen will oder auch nicht. Wir speichern das Spiel und da kann man das hier unbedingt. Und da LP1. Ihr seht, dass ich das jetzt einspeichere. Oder auch nicht. Oder geht keine 1. LP1. Gut, dann geht keine 1. Dann heißt es eben LP. Und dann, bis zum nächsten Mal sagt er immer das Wort. Ciao, ciao. Und dann, bis zum nächsten Mal.